Moin moin leute herzlich willkommen bei Rocket League und zwar mit dem guten Marco a.k.a. Westkass Ich habe gerade gemerkt, dass ich einfach mal einen Titel habe, der kein richtiger Titel ist, weil das OP zu viel war. Es waren so um die 100 Millionen Zeilen, die da geschrieben wurden, mit ganz viel Müll, was ich nicht wollte. Oh Gott. Ich versuche den nochmal zu bringen. Yes! Nein! Da ist ja noch einer. Ist das gut? Oh yeah. Oh, ich bin im Boos gelandet. Yes! Nochmal! Oh! Zu weit! Haha! Bei mir hat das gerade gelaggt. Ja, bei mir hat das am Anfang gelaggt. Wie verrückt. Da wird nix. Okay, okay. Oh, oh, oh. Alles klar. Schön gemacht. Oh Gott. Ich habe mich zu 20 Mal gedreht. Ich habe mich zu 20 Mal gedreht. Schönes Ding! Ah! Ich habe gehorcht. Ich habe gehorcht. Ah, okay. Da bist du gar nicht scheiße. Da hätte ich nicht so doll schießen können. Ich habe gehorcht. Ich habe gehorcht. Ich habe gehorcht. Ich habe gehorcht. Ey, jetzt sind wir durch. What the fuck? Jawoll. Schönes Ding. Boom! Da kommt sie wieder. Die Mega-Explosion. Haha. Ja, auch wenn es beim letzten Mal extrem scheiße lief, haben wir trotzdem unser Ziel, dass wir Champions werden. Und dafür werden wir alles geben. Oh, okay. Auf jeden Fall, ey. Ich will echt diesmal Champion erreichen. Alles klar. Jetzt verkackt. Sehr schön. Ach. Ausgewichen. Stumpf. Ich konnte die nicht böcken. Zu doll. Geblatzt. Achtung. Oh, der kommt gut. Schönes Ding. Oh, oh. Ich. Hast du? Gut. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ja, da habe ich scheiße reagiert. Reaktion wie ne Wildtonne, ey. Ohne scheiße. Ich bin ja kacke abgesprungen hier. Ja, ich habe total brain of car reagiert. Wie die Wolle hast du da bei mir gespackt. So, jetzt aber mal richtig hier. Flup. Beide nicht geblockt bekommen. Und fast wieder. Ein Tor. Aber wenn du es hinkriegst, einfach nur nach vorne noch. Boom. Da ist sie wieder. Voila. Da macht es. Boom. Boom. Oh, yeah. Wie gefällt dir. Blau. Vielleicht hast du ja... Jetzt ist danach Glück. Ist ja auch ne gewöhnliche. Oh, das wär schön. Ah. Okay. Was? Holy shit, Alter. Hauptsache, er lässt mich einfach mal explodieren. So wie meine Vorruhe lässt er dich explodieren. Alles klar. Ja. Bist du alleine vorne? Einmal Schuss. Ja. Nice. Das dritte Mal, der Boom. Richtig gut. Richtig gut. Du hast einfach mal fast sieben mal so viele Punkte wie ich. Oh. Ja. Ja. Das ist... Wirklich... Toll. Doch so leid. Tut's dir gar nicht. Du freust dir, dass die Explosion in Gang ist. Die Explosion ist gut, ja. Jetzt spielt er den rüber. Verdammte Scheiße. Was ist denn los? Ich weiß nicht, ich geh mich demnächst für Bromse bewerben. Vielleicht nehmen sie mich wieder runter. Äh, das ist ja krass. Achso. Für alle... Für alle Leute, die es interessiert. In dieser neuen Season gibt es übrigens auch eine neue Klasse. So eine neue Liga. Diese Liga hat allerdings nur eine Person. Und zwar das ist Marco. Diese nette kleine Liga. Du bist nicht da! Nee, ich bin nicht da gewesen. LOL. Nennt sich Unterholzklasse. Und er hat's grad wieder bewiesen. Geil. Oh. Töne Pass. Brüttududududu. Ah, meine Unterholzklasse ist legendär. Ja. Unterholzklasse. So sieht's in mir aus. Fällt mir. Das ist... Unglaublich, ey. Die hab nur ich. Ah. Das ist so stumpf, ey. Alles klar. Oh Gott, die zieht einfach mal so richtig nach rechts. Jaaa, die kriegt da auch noch. Jaaa. Kein Buß mehr. Jaaa, die konnte ich mit rein drücken. Schönes Ding. Oh lol. Oh lol. Natürlich kommt er da wieder ran, ne? Er schnappt sich mal nen scheiß Boost. Der geht. Der geht. Hab keinen Buß! Oh lol. Der hat auch ne schöne. Alter. Das ist cool. Der hat ne grüne. Ich bin neidisch. Jaaa. Sieht auf jeden Fall episch aus. Warum boosten die denn immer zu zweit da rein? Keine Ahnung. Ich versuche ihn. Oh. 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 Die Richtung war nicht schlecht, aber... Hör mal so, ist jetzt ein Stück schwer. Tschö, tschö, tschö. Oh. Oh. Ich hatte kein Buß. Oh lol. Haha. Wird sein, dass ich ne... Okay. Oh. Okay. Sorry. Oh lol. Wie hab ich das gerade bekommen? Boah. Alter, dich hat er zerstört. Ja. Ich halte mal ein bisschen auf hier. Musst du drunter leiden. LOL. Hier, das Ding verfehlt und ich dadurch nicht rankomme. Bitte halt den. Sauber. Gewonnen! Zweites Match. In Bronze oder höher. Ich hab Brake bekommen! Interdimensional... GB. Hab ich bekommen. Ja, interdimensional GB. Das ist die, ne? Das ist die Raketenspur, ja. Die hab ich auch. Ja. Das ist der zweite von 12 Siegen. Wuhuu. Und da geht's. Oho. Oho. Training ist jetzt die Möglichkeit Voreinstellungen ändern. Das heißt, während man noch in der Spielsuche ist, hier nach diesem Spiel, kann man direkt Flop, auf seine gespeicherten Karren, die man sich gebaut hat, rüber wechseln. Das ist mega cool, finde ich eigentlich. Ne coole Idee, ja. Ja. Ich bin wieder im Hauptmenü. Ich bin wieder im Hauptmenü. Ich auch. Und mir steht oben aber trotzdem, äh, Beitritt läuft. Ohne dass das passiert. Ich würd mal sagen, wir wollen starten. Hä? Wieso hab ich denn... Was? Was? Wieso hab ich die erste Hände erst drin? Wieso hab ich die erste Hände erst drin? Wird mir jetzt erst auf. Den hast du vorhin schon dran gehabt. Auch in der letzten Folge. Nö. So. Wird's nicht mehr. No. Riech, Riech! Mr. AP Jesus! Okay. Not bad. Alles klar, ich gucke mich aus. Kommt die Explosion. Das ist so schlimm! Alles klar! Nein! Neun. Oh, Sonny war... Wie dämlich von mir eigentlich da reinzuspringen. Bäm. Das war dämlich von mir. Hätte ich nie mal am Braun. Ich kann nicht warten können, bis er unten ist. Die Raketenspur ist... ein bisschen merkwürdig. Ja, merkwürdig aber geil, finde ich. So. Oh, wenn du ihn hochbringen kannst... Versuch ihn übers Tor! Nicht. Ich wollte ihn übers Tor versuchen... bringen. Schön. In vorne. Gott. Alles klar. Was für ihn? Ich sehe, ich sehe. Oh, leil. Fangt er dich an zu bomben? Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht... Das... Was? Hat der gefaked? Nein! Ich hab's verschissen einfach nur! Und ja, wie peinlich! Der ist einfach perfekt da gewesen. Ich schwör's dir in der Hände. Das ist ja... So schlecht... Hab ich noch nicht mal im Einzelstandard gespielt. Ach komm, da fake ich ihn, dann macht er ihn trotzdem irgendwie noch. Okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier... Concentration... Ach was. Warum mach ich das? Weil mich hab auch nicht so... Oh, der hat mich beinah verarscht. Das sieht schlecht aus. Oh, sauber. Stark. Ich hab einen Boost. Schön. Hoho. Der geht! Der geht! Der war mies. OP, Alter. Warum spiel ich eigentlich noch mit? Ich werd mich hier ins Zuschauerbereich... ...begeben und... ... bin so einfach. Der war krass. Der war richtig mies. Der war richtig mies. Durchgesetzt! Pust und... Jawoll, Johnny! Na! Was? 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 Ja. Da! Tschüss, Ding. Vorsicht! Ich wou... Ich bin... Es war so schlecht bei mir... Er bumpt mich. Aber das war gut. Nein! Das war nicht gut. Er hat mich gebombt, sorry. Weg vom Tor? Ja, ja. Er hat mich... ...zumitte gebombt. Krass. Über mich rüber! Ist klar! Und du schaffst? gut Job nice danke so einfach, wenn ich die verschissen hätte, hätte ich mich vergraben der war auch ein bisschen schnell ja, volle Kanne der war richtig OP Achtung, auf der Mitte, auf der Mitte oh, ich dachte, ich block ihn jetzt ey, lass mich doch oh, er macht mich jetzt oh, was war das denn, ey was zum oh, le Scheiße, ich rabe es gerade nicht, was ich hier mache ehrlich läuft alles klar ok nein hast du boah ich wusste es oh, leid leid nein never oh, ich habe ihn oh und jetzt schön das glaube ich jetzt nicht das ist nicht wahr da nein oh komm schon Doppel-Tipp, Doppel-Tipp und drinnen und und nochmal zweimal, dreimal und guck richtig gut herrlich good job good job alter, 650 Punkte und und ich bin gar nicht bei mir auf die Ja, läuft. Den du auch hast. Wie auch bei Marco, wenn euch die Folgen gefallen haben, gefallen haben, gefallen haben, gefallen haben, zeigt es uns. Wie auch immer ihr das machen wollt. Daumen nach oben oder Daumen nach unten oder ob ihr Kommentar hinschreibt, ist vollkommen egal. Macht irgendwas und das ist uns wissen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.